Schum ich hab da noch ein Ding rein geklärt was soll das denn was war dat hin ja bisschen müde du musst auch ein bisschen hier mal so ziehen auch diese Forschung vor mir war noch mal hier mache ich doch auch auch wenn du aber wenn du die Dinger eine hint hast kann es auch schlecht das geht auch das geht ja klar geht das ok das wusste ich jetzt nicht und hier diese Dinger die machen übrigens hier die wir aus den Höhlen haben die produzieren auch zwischendurch das Zeug im übrigen lustigerweise ok wenn man Stickstoff hat was macht man denn damit muss man da so ein neues Ding dran machen scheinbar ne einfach nur anklicken dann geht automatisch brauchst gar nichts dran machen wie anklicken ne der ist voll hier das Ding ja dann kannst du es rausholen ja und dann wo kommt das neues hin achso muss man einfach anklicken und dann nochmal ja Stückstoff ach okay genau warum sagt er mir jetzt gerade Harz und Quarz macht Silikon Silikon ne guck mal Methan in der Mitte ja ich kann jetzt noch nicht Stickstoff steht da jetzt gerade also Schwefel hab ich den jetzt gestoppt ja wahrscheinlich ne Schwefel Helium Wasserstoff Ach gut Hartz und Quarz macht zwar ähm Silikon aber du brauchst Methan dafür wir brauchen jetzt Stickstoff ne ne Methan und Methan kriegen wir nur auf Novo deswegen werde ich das nächste Mal ja warum sagst du mir denn ich hab doch gesagt das Silikon äh kriegen wir nicht hin weil wir Methan brauchen ja und sagst zu mir klick an Methan und ich wundere mich die ganze Zeit ja kann der nicht machen das hab ich jetzt auch gerade gemerkt steht da unten aber auch ist zu wenig in der Atmosphäre ja im Augenblick steht hier nirgends wo warte hier steht gerade nur Stickstoff bla 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 aber jetzt hab ich wieder ne Stopp ja Stickstoff äh und Wasserstoff brauchen wir trotzdem deswegen hab ich das ja aber der sagt dir auch was in der Atmosphäre ist also kannst wenn du Methan anklickst zum Beispiel mhm dann sagt der dir ist nicht genug drin mhm ok hier zum Beispiel hier zum Beispiel ich mach die ganze Zeit nämlich auch die Gase weil ich die Wasser für andere Sachen ah jetzt hat er so ein Ding gemacht hier aber Methan ist leider nicht hier in der nicht genug was? Schubdose benötigt? ist die schon wieder die kann doch nicht nein oder? doch dreimal fliegen ich bin ja zweimal geflogen aber je nachdem wie weit du bist ja das meine ich deswegen will ich hier auch Methan holen damit wir ne warte mal genau das wollte ich ach ja Ammonium brauch ich weil ich könnte schon verwässerte wie heißen die Düsen jetzt ja ja ach Stahl ist Agu ja da bringe ich Ammonium gleich mit noise ah ne hier war ne hier war woher hat die jetzt Hydrazin und Aluminium brauchen wir nämlich Wasserstoff und Wasserstoff habe ich ich nehme uns auf Vorsicht die äh noch ne Feststoffdüse mit weil ich möchte nicht äh auf halbem Wege stehen bleiben hab ich ein bisschen Angst genau und da brauche ich Ammonium dann nehme ich jetzt auch ein Leuchtfeuer mit mit Hydrazin können wir nämlich die der wer hat denn noch da oben meine Batterie ist schon leer mittelgroßer Ressourcenkanister ähm ich glaub dann kannst du hier diese Dinger hier besser abbauen ja auch für Erde mittelgroßer Kanister für Flüssigkeit Erde mhm genau da brauchen wir Kunststoff, könnten wir sogar herstellen mhm wo? mittelgroßer Kranister Werkzeug Werkzeug nicht Kranilsplattform, äh reicht immer noch nicht, schade organisches Gewicht, ein bisschen schneller hier naja nicht wirklich ich glaub der macht ja gerade zu viel für sooo na nicht Kabel nimm die, nimm die Düse man nimm die Düse mit nimm die Düse mit nimm die Düse mit nimm die Düse mit da äh wie hieß denn der jetzt nochmal der Planet mhm Hydrazin Disiolo genau, da wollte ich hin Oh, da müssen wir aber erst mal freischalten, die Hydrazin. Bietet eine dauerhafte Schubkraft, benötigt Hydrazin als Treibstoff. Hydrazin können wir herstellen. Okay. Die geht nämlich nicht kaputt. Okay. Braucht einen Wolfram und einen Stahl. Nach Diesel-Lohr nicht, ne? Stahl könnten wir auch, aber kostet 3... Ja. Nach Diesel-Lohr, ne? Genau, kostet aber 3.750 Bytes. Okay. Aber das wäre halt die dauerhafte Lösung für... Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelandet. Nein, bin ich natürlich nicht. Geil. Nach mal Stahl. Bin ich denn sehr falsch? Rümpf durch Eisen. Ja, ich bin total falsch. Scheiße. Geh ich besser noch mal in die Luft, va? Ja. Ah, Mann. Oh, du Ago. Wo kriegen wir denn Ago her? Ach, nicht auf einem anderen Planeten. Ich wollte nicht auf einem anderen Planeten. Wo bin ich denn jetzt? Wo bin ich denn jetzt? Diesel-Lohr, da. Planeten. Wenn ich jetzt wüsste, wo ich gelandet bin, letzte Mal, ne? Ago, Ago, Darmethan. Ago. 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 Ah, der war bestimmt auch wieder falsch, ne? Oder? Nein, war diesmal richtig, geil. Geil, fähig. Ich bin richtig gelandet. Ja, supi. Also ich verheiß schon. Leuchtfeuer lasse ich direkt hier. Ja. Und ich werde beim nächsten Mal zwei Planeten ansteuern. Einmal für Ago und einmal für Methan. Ach nein, ich kann die Schubdüsen nicht mitnehmen. Schade. Ähm, was habe ich gesagt, was soll ich mitnehmen? Äh, Aluminium. Arminium. Arminium. So. Ja, aber ich muss bei... Bei der nächsten Aufnahme-Session werde ich auf jeden Fall ganz viel reisen nach zwei Planeten. Und zweimal diese Atmosphären-Ding mitnehmen, weil wir brauchen Argon und Methan. Methan? Methan. Argon kriege ich auf einem anderen Planeten. Das brauchen wir für Stahl. Ah, okay. Und Stahl brauchen wir für die Hydrazin-Schubdüse. Ach, Quatsch. Schubdüse. Okay, das war überirdisch, Mann, ne? Ja. Da, ich nehme mir, besammle mich gerade wieder Wolfraum. Ja, ist aber auch nicht schlimm, war von Romero auch. Weil ich muss ja erstmal noch die ganzen, ähm, Atmosphären... Ja, aber wir können dann auch nicht mehr fliegen. Wenn wir kein Dings kriegen, dann warten wir fliegen jetzt. So. Woher wollen wir auch Ammonium für? Ja, schlossen mich. So ätzend ist mittlerweile das ganze Gehüße. Uns bringt das alles nix. Tadaa! Ammonium, Ammonium, Tadaa! Ammonium, Tadaa! Ammonium, Oh no. Also, eine Kabe, da nicht mehr. Leute, die hier sind wirklich. Ums bin ich immer noch Da werden aber tiefe Löcher. Also auf jeden Fall haben wir noch viel vor. Ja bestimmt. Ja mit dem ganzen Reisen hier wurde hinlos, nur um die ganzen Sachen zu finden. Wäre ich nicht drauf gekommen. Junge, lass mich in Ruhe. Wir wollen noch viel vor. Wir müssen viel reisen, viel fliegen. Hier ist auch noch Spott. Da rennt doch schon wieder jemand rum. Da rennt doch schon jemand wieder rum. Das finde ich ja ganz schund. Mann, ich will hier irgendwas... Kann ich nix an meinem Raumschiff hier irgendwie präparieren solange? Kann ich nix mit reinnehmen? So. Wir müssen es bisschen hart hier mal mitnehmen. Nein. Nein. Ach Mann. Oh ey, es kriegt gerade echt einen an der Waffel hier gerade. Ich bin grad auf Stinke sauer. Mhm. Ich kenn jemanden, der einen Hausarrestbogen hat. Und die nächsten Jahre. Zehn. An der Zahl. So. Ich glaub das klappt zwar nicht, wenn ich jetzt... Nein! ...gemacht hab. Ach, scheiße. Gehen wir nochmals schießen. Hobbit! Ja, super. Ich bin mir gut angefallen. Ja. So nen Kack. Nein! Ich... Hä? Wieso kann ich denn jetzt nur noch landen? Oh, wie doof ist das denn? Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Hä? Der hätte mir ja vorher sagen können, dass die Schubdüse soweit aufgebraucht ist. Hä? Wie doof ist'n das? Ich will nicht färben. Wie doof ist'n das jetzt? Oh, ja. Lassen wir die Schubdüse jetzt da. Die packen wir aus. Alter, ist ja mal doof. Ja, das ist... Das ist... Das ist ja... Bisschen im Orbit. Und, äh... Ja. Man wartet dann aber auch, ne? Ich war wieder am wundern, warum ich nur, äh... mich mit dem Orbit schießen kann, aber nicht auf ne anderen Planeten. Das war jetzt, äh... Na ja. Ja, sehr gut. Äh... Wie hieß unser... Silva... Silva, ne? Ja. Ja. Sylvia! Der Lenz ist da! Aber jetzt finde ich das nicht mehr wieder, weil ich gerade gefunden hab, weil ich was testen wollte. Kann. Ich glaube, er war jetzt richtig gut gekriegt, aber eigentlich, ja. Hallo. Guten Tag, bin wieder da! Ich hab Sachen mitgebracht. Schön. Nicht gut? Doch. Ich hab ordentlich... Ich hab ein bisschen Ammonium mitgebracht. Ein bisschen. Damit wir wissen... Ja, aber da müssen wir wenigstens Schubdösen hinkriegen. Jetzt find ich da natürlich nicht mehr, was ich eigentlich besucht hab, mir egal. So, guck! Ein bisschen. Ja. Ist das so in Ordnung für sie, junge Frau? Das reichte für... Ein paar Starts. Ja. So, wie sieht's denn aus hier? Nein! Nein! Kurz davor... Das Ding nicht mehr wieder. Was für ein Ding? Mit diesem Ventilator, wo Strom ist. Von Ventilator, wo Strom ist? Ja, so dieser Flügel. Wofür brauchst du den? Ich mein' ich was testen will. Ah, zum Drucken oder was, meinst du? So. Das wohl zu drucken. Ich droch du wohlst was drucken. Warum bin ich schon erschucken? Naja, oder? Komm, renn mal mit dem komischen Glückstein hier. Ich weiß nicht, mit dem. 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 Nein, ach, Quatsch. Doch, ich hätte nicht getötet. Aber nicht. Ganz leise und klar. Ach... Na, Mann, Mann. Wände ich dir genommen, lebend które. Ich habe mich nicht. es gibt immer mehr kurzer vormann die märme zur vormann die zu nicht kurzer vorweisen wenn ihr so das auch noch mal so ein Ding das nehmen mit mit und ich mit schütteln kann so großer stein der viele punkte leiden dieser stein mitte punkten mannen das es sind auch aber das Punkte das ist Mühe geben und dann die Punkte jetzt habe ich auch nicht nur die Plattform brauche Eisen-Wolf-Rand gemisch und vorhin kriegen Nama Prozent mit der Radrufe ja ich bin so geistreich Verpacker kleiner Kanister Arbeitslichter mit Drucker Sauerstoff Mütterer Schredder aber den nun mittleren Schrecken jeder war zwei Eisen Amor sitzen Traktor Achso, weil ich am kleinen Drucker bin, ich trottel Großer Drucker, Schmelzofen 18.2, Chemielabor, Anosphärengedöns, Forschungslabor Exo-Auftragsplattform, Handelsplattform Wolfram Wolfram Wolfram, muss ja erschmelzen, oder haben wir noch geschmolzenes Ah, da haben wir noch geschmolzenes Amor, 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 alles gut und ein Eisen Alter, komm hier hin, du blödes Eisen also und dann können wir 3.000 noch was für Wissen schon mal die Hydrid-Dinger da Da brauche ich bestimmte Plattformen für Ja, gut Für Für, ähm Für die, ähm Ach, für diese Handelsplattform Oh, ich fahre mal innen, glaube ich Ich hoffe, das ist mein Auto Ich habe pioneer Fisch für Vielen Dank.